Weihnachtsmarkt Auch hier wird der Bereich Gartenmöbel völlig ausgeräumt. Hier stellen wir Hütten rein, hier bauen wir den Weihnachtsmarkt auf. Und in diese Hütten holen wir regionale Künstler. Stahl und Glas und Schmuck. Die holen wir hier rein und dann wird an zwei Tagen mit einer Live-Musikband hier wieder gefetet. Und warum sollte man nicht auch im Dezember den Grill anwerfen? Musik Natürlich bietet auch Düsing zur Weihnachtszeit ein umfangreiches Programm an Dekorationsartikeln. Musik 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 Vielen Dank.